Guardiola scharf auf Kimmich? Neuer Wechselwirbel um Bayerns Star Josua Kimmich hat eine schwierige Saisons beim FC Bayern hinter sich, es gab Gerüchte über seinen Abgang. Geht der DFB-Star zu Manchester City? München, Josua Kimmich sagte nach dem 8.1 Sieg am vergangenen Wochenende über Mainz 05, dass er seine Vertragssituation beim FC Bayern entspannt sieht. FC Bayern, verantwortliche kündigen Gespräche mit Josua Kimmich an der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft bis 2025. Es sind Verhandlungen mit den FCB-Chefs, darunter Sportdirektor Christoph Freund und dem neuen Sportdirektor Max Ebel, geplant. Joe ist ein wirklich guter Fußballspieler und ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, lobte Freund nach einem kürzlichen Spiel. Allerdings soll es Interessenten für Kimmich geben, der kürzlich vom scheidenden Trainer Thomas Duchel in die rechte Defensive berufen wurde und gegen die Rheinhessen eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Portal Catch-Off-Seite berichtet derzeit über ein mögliches Wiedersehen mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Josua Kimmich bei Manchester City. Guardiola hat die Position wahrscheinlich schon im Kopf allerdings sind Gerüchte über ein Interesse des Sky Blues nicht neu, bereits im letzten Jahr tauchten ähnliche Berichte auf. Unterdessen soll man City Kimmichs Situation an der Isar genau beobachten, wobei Guardiola bereits die beste Position ausgewählt hat. Der Spieler selbst soll einem Wechsel in die Premier League positiv gegenüberstehen. Man kann sich also Kimmich neben Rodri vorstellen. Es ist nicht das erste Mal, dass Kimmich und Guardiola zusammenarbeiten, das war bereits in der Saison 2015 und 2016 der Fall. Aber es sieht so aus, als hätte Josua Kimmich die Wahl. Verschiedene Top-Klubs haben sich für den Bayern-Star verpflichtet. Angeblich interessiert allerdings machte Kimmich nach dem Spiel gegen Mainz klar, dass er sich auf seine Leistung konzentrieren wolle und sagte, Das Wichtigste für mich ist, dass ich gute Leistungen erbringe, mein Bestes gebe und andere nicht beeinflussen kann. Er wisse, wozu er beim deutschen Rekordmeister fähig sei. Hier ist es nicht so schlimm, auch wenn die letzten Jahre sportlich nicht so erfolgreich waren. München ist gemütlich. Neben dem aktuellen Champions League-Sieger wurde in der Vergangenheit auch der FC Barcelona im Zusammenhang mit Kimmich erwähnt. Gleiches gilt für Man Citys Lokalrivalen United, den FC Liverpool und den FC Arsenal. Maske